hallo leute ja da steht er der sauerstoff nee was für ein extraktor keine ahnung wir müssen da gucken das war wo hab ich den weggenommen da den atmosphärenkondensator der war es denen müssen wir jetzt gucken dass man den aufbauen und dann wollen wir hoffen dass wir schwebe kriegen nach dem logo auf dem großbildschirm aber so wie das aussieht brauchen wir noch eine plattform aber da hinten steht das ist die rakete habe ich schon was gebaut ich glaube ich habe noch nichts gebaut oder mal schnell gucken da unten steht auch keine kiste ich glaube wir haben noch keine plattform dafür gebaut oder kann das sein hier so viel schrott der müsste ich loswerden ach so f1 frank bartels da komme ich dahinter da geschrieben ja klar das ist f1 am einfachsten ja warte mal f1 und dann noch mal f1 nee dann macht sie dazu hätte ja sein können dass es noch schneller geht aber da kommen wir zu den ressourcen und so weiter und so fort ja ist bekannt und das f1 hätte ich mir denken können so jetzt machen wir mal hier gerade erst mal auf und dann sehen wir auch so groß ist der ungefähr und er möchte der was haben wasserstoff haben okay ich habe natürlich kann wasserstoff wenn da müssen wir auch wieder gucken wie der geht aber wir brauchen erstmal eine plattform dafür da haben wir hier an drucker man denn da plattform mäßig was was wir brauchen können forschungskammer handelsplattform große plattform a2 hat haben wir hier hart rumfliegen wenn nicht dann müssen wir direkt hier hinter abbauen hier ist kein harz bei wohl nicht aber den gibt es ja hier den harz oder wie war das da unten sehe ich auf jeden fall noch welchen da ist noch was da war noch was da ist auch noch was und schon kein strom mehr super komme ich da irgendwo hin ja da müssen wir wohl gerade mal hier so schauen dass wir das hier noch abgebaut kriegen jetzt habe ich erst ein da ist nichts mehr da ist noch was da ist es ja lass uns mal gerade ein stück runter gehen geht nicht so wie ich mir das vorstelle mich dahin jetzt ich glaube schon ne 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 ging auch so hier ist kein harz mehr da muss noch was sein warte mal t ja passt hier ist auch kein harz mehr ist hier nur euroharz wohl nicht nur da noch da kommen wir hier unten sind dann buddeln mal gerade den rest auch noch aus so viel kann es ja nicht mehr sein oder rucksack hat doch noch eine stelle frei das gerade noch ein stück runter gehen da ist noch harz so ich glaube das war's mehr geht sowieso nicht rein das heißt wir gehen mal wieder hoch wunderbar und vielleicht sollten wir hier mal ein bisschen zu machen oder macht vielleicht Sinn das ist immer noch die kiste die da so wackelt und den krach macht irgendwo könnte sein oder so da kann man immer noch eingehen und das reicht gut jetzt brauchen die plattform mit dem harz die müssen wir da machen einmal auf den drucker jetzt produziert er die plattform ich hoffe das ist eine passende hier fehlt es an kohlenstoff wahrscheinlich da haben wir kohlenstoff irgendwo ich glaube nicht ich glaube nicht hier liegt viel zu viel rum sauerstoffe so hat nicht die sonne ist gerade nicht da können wir hier drauf packen dann können die da auch rein machen wenn der leer ist was ist hier das ist kein kohlenstoff hier ist auch keiner irgendwie fehlt es gerade auch an einem lager hier das sind eigentlich wichtige exo chip teile die sollten wir mal nicht irgendwo so rumliegen lassen schott schwefel wir haben schwefel muss gar nicht dass wir schwefel haben da ist kohlenstoff zack so jetzt läuft auch wieder schneller und es geht alle schneller was haben wir hier für ein loch keins ja was mir da gerade einfällt gehen wir wieder an eine luftversorgung irgendwo und jetzt gehen wir mal hier kurz rein und gucken da war doch irgendwie so ein booster verbindungsteil haben wir das schon gebaut ist modus weite anpassung schmale anpassung hemmer ausrichtungs gelände werkzeug erweiterung richtet geländerverformung an die krümmung des planetens an ausrichtungsmodus irgendwas mit so einem plus wo kann ich das produzieren hier im rucksack das ist er das ist er was brauchen wir da zink zink müssen wir ja haben eigentlich oder da ist nichts oder war zink nur beim dingens kann auch sein titan melachid kupfer kupfer aber wahrscheinlich nur auf dem anderen planeten wieder ne auf unserem hoppla welten silber war das oder ne da ist es so jetzt kann ich das teil hier mal bauen so jetzt habe ich das teil jetzt muss ich nur überlegen hämmer geländewerkzeuge ermöglicht die sammeln von ressourcen und findet gleichzeitig das gelände verformen oder bohranpassung stufe 1 umschalten kleine wegserweiterung erhöht die geschwindigkeit des verformen ja ok und was war das hier erhöht die bohrstärke um harte oberflächen ok aber sonst ist dann die drei machen sind dann ne bohranpassung stufe an ja ich glaube wir machen erstmal das hier oben anders so so den rucksack kann man warte mal wie geht das jetzt ich denke mal wir machen mal gerade ok jetzt sehen wir was der unterschied ist also das ist jetzt nicht das was ich will ok da geht er in der erde aber das mit der planetenkrümmung funktioniert irgendwie noch nicht oder ich müsste eine andere Tasse drücken die ich jetzt nicht kenne ja gute frage ne weil das ist ja das teil oder ist das kann da sein dass er das in dem schritt gemacht hat und das gebogen ist nicht gerade könnte sein oder weiß ich nicht schau mal ja so ist die plattform fertig und pack mal gerade da ein geht er da dran das ist das ist falsch ah toll der ist kaputt der geht also nicht da auch kaputt toll funktioniert also auch nicht das ist alles schrott hier dann stellen wir mal da hin vielleicht geht es da da geht es auf jeden fall weil da ist ein Anschluss so jetzt haben wir das Ding da dran jetzt brauchen wir natürlich Wasserstoff ach der wird dann da gemacht ok Stickstoff Schwefel und der wird jetzt hier automatisch gewonnen wohl mit Strom sieht man ja passt ah und jetzt steht hier auch Schwefel dran genau so ist es ok das funktioniert so wie wir uns das jetzt vorstellen oh schon einer da das geht aber flott ok dann bedeutet das dass wir jetzt den Schwefel hier kriegen aber da müssten wir einen Arm haben der dann automatisch das abbaut und irgendwo in ein Lager steckt ja das mal vier stück machen oder so f1 welche Ressourcen waren noch hier ne das war f1 war nicht richtig ich wollte äh Planeten haben Silber ne Wasserstoff gibt es hier auch ok Tür trocken Mittel Sonderwind Wolfram und Malachid also wir können hier noch den Wasserstoff rausholen wenn das heißt ah nicht so so lass uns gerade noch den Wasserstoff dann machen weil den haben wir hier auch noch dann haben wir da viel warte mal da kann man mehrere in einen machen sehe ich gerade ok das hätte ich natürlich nicht sofort abziehen müssen aha auch cool dass wir das jetzt sehen Glück gehabt ne ok und irgendwo hatten wir einen Schredder hier hier haben wir keinen Schredder gehabt oder das ist ein Dingens hier hab ich noch ich hab doch bestimmt noch zweimal Dingens da ne ist das eine gute Plattform die ich da gebaut habe ich glaube nicht ne oder das ist nur eine Plattform so kriegen wir noch eine andere Plattform dahin die besser ist große Plattform B A das wäre die die ich haben möchte aber dafür brauchen wir noch einen Harz dann lass uns schnell den Harz mal einmal holen vielleicht kriegen wir den hier noch raus hier ist ja nicht mehr ganz viel drin ja das hat geklappt aber nicht schlimm dachte ich jetzt da wieder hoch finden ne ich glaube das ist die Rampe ne jetzt sind wir drauf oder ja zum Glück äh hier soll irgendwo noch ok ich sehe gerade dieses Teil ist jetzt irgendwie anders der buddelt so und dann nur noch nachdem ich das Teil daran habe ok 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 wo war es jetzt hier war doch gerade noch Harz angezeigt oder fertig aus dünner Luft na komm den einen haben wir das reicht jetzt erstmal und hier haben wir viel zu wenig Licht ne aber das liegt daran dass wir das zugemacht haben ok deswegen haben wir da kein Licht ne ist auch nicht so dolle warte wenn ich jetzt dann macht er das so ok und der ah der ist immer ausgerichtet ah das heißt wenn ich so mache ist er auch ausgerichtet aber ne da war er jetzt nicht ausgerichtet da ist er anders der funktioniert natürlich nicht so war ja klar ne war klar dass das nicht so ist der ist jetzt immer so ausgerichtet wie ich den hätte aber irgendwie bringt mir das nichts und die Löcher sind vielleicht nicht gut weil dann völlig da rein wieso ist er jetzt so senkrecht und dann mal nicht senkrecht keine Ahnung macht er jetzt erst die Krümmung des Planeten aus ich weiß es nicht sieht irgendwie komisch aus ok lassen wir erstmal so das ist der große Drucker naja da müssen wir dran ne ne das ist falsch den will ich ja gar nicht ich will ja gar nicht den großen den mittleren will ich der ist hier ne also den können wir auch gleich bestücken ist ja schon richtig eingestellt aber ich dachte ich hätte noch einen gesammelt oder vertue ich mich da äh wahrscheinlich habe ich den eingesammelt aber ich hätte keinen Platz im Rucksack und der ist da runter gefallen na super das war ja wieder ein Satz mit x das war wohl nix äh sehe ich das hier unten irgendwo ich sehe es doch kann das nicht mal da abgebaut werden wo ist denn der Harz da ist er gewesen aber da muss noch mehr sein ich glaube jetzt war es das oder sieht aus wie Sternemel hier ne da ist was anderes was ist das denn Biomasse oder was ist das Malachite ist da ja wo okay da ist das Malachite vorkommen dann kannst du gleich da weiter arbeiten ja komm das nützt nix wir gehen wieder hoch immer noch dunkel hier drin ne also doof aber wir haben einen Scheinwerfer eigentlich müsste man den nochmal einstellen ne gut äh jetzt müssten wir ja im Rucksack das letzte Teil noch dafür haben auf und bauen so dann haben wir ja die nächste Plattform die dann da vielleicht ein bisschen besser ist für irgendwas anderes er da ist jetzt endlich voll das heißt den können wir rüber machen können wir den da dran machen und der schwenkt sofort um wenn ich den an mache geht der nicht weil da der Dingens dran ist schwefel ok naja dann ist das halt so ne dann machen wir jetzt erstmal den schwefel zu Ende da gehen ja noch zwei rein und dann würde ich das sowieso erstmal komplett machen dass das hier alles voll ist dann kann ich das mit der Rakete mitnehmen dann haben wir nämlich auf Silber den Sauerstoff und den Wasserstoff und das ist ja schon mal keine schlechte Sache ne wir haben natürlich keinen Kohlenstoff und deswegen können wir ja gerade nicht so schön produzieren wohl so wie das aussieht ne ja dann ist das so ne vielleicht ist hier noch irgendwo Kohlenstoff ich weiß es nicht letzte hatte ich den hier weg geholt ich glaube nicht da war keiner ne oder Kupfer ne ich glaube der letzte war hier dran oder so aber hier ist Wolfram und sonst nichts und da ist ja nochmal schwefel ne ja den lass jetzt hier oder ja lass hier gut haben wir es erst ich sag mal recht herzlichen Dank fürs zuschauen würde mich freuen wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid falls ihr noch gerne überhaupt macht eins falls euch die Folge gefallen hat gebt einen Daumen hoch macht euch die Glocke an kriegt damit wenn ich das nächste Video hochlade gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen wir sehen uns in der nächsten Folge bis dann ciao Effects Amendment Gang Thema Nummer 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 여러분들 etc Vielen Dank.